In diesem Video zeigen wir Ihnen das Glasreinigerwerkzeug, bestehend aus einem Eimer rund oder eckig, mit einer Unterlage zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Im Folgenden haben wir einen Einwascher und einen Abzieher, diese gibt es in unterschiedlichen Längen. Beim Abzieher ist darauf zu achten, dass der Gummi keine Risse hat. Zum Glasreinigerwerkzeug gehören ein Leder-Poliertuch-Mikrofasertuch. Leder und Poliertuch werden zur Puppe gefaltet. Ein weiteres Mikrofasertuch zur Rahmenreinigung, einen kratzfreien Schwamm, eine Klinge, auch Glashobel genannt, mit Ersatzklingen. Als nächstes haben wir einen Fensterschlüssel zum Öffnen diverser Fensterkonstruktionen. Der Köcher und die Schürze dienen zur Aufnahme unseres Werkzeugs. Zum Schutz der Hände benötigen wir Handschuhe und eine Hautschutzcreme.